So, auf geht's. Das letzte Feld hier, bestellen. Wie sagt man beim bestellen? Ist alle Pflanzen auch bestellen? Gehört das zum Bestellen dazu oder nur das Ackern? Weiß ich nicht, ist ja auch egal. Ja doch, so. Ne, dann mach ich jetzt eine Reihe hiervon. Ja, ich darf einfach keinen Hunger haben. Das ist wohl das Geheimnis. Okay, das ist hier mal. Dann kommen hier Kartoffeln hin. Oh, da geht das ja richtig schnell hier. Und da, so. Dann kommen hier auch mal zwei Reihen Kartoffeln hin. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Erstmal nur bis hier hin. Ja, dann will ich hier nochmal Weizen haben. Dann kann ich hier alles mit Weizen vollmachen. Oh, was ist denn da? Stimmt, da wollte nichts wachsen. Ja, okay, gut, dann eben nicht. Vielleicht kann da ja noch eine Vogelscheuche hin. Und es ist dunkel geworden. So, hier. Ähm, dann machen wir doch hier noch eine weitere Reihe Weizen hin. Ach so, ne. Oh, ich seh kaum noch was. So, das... Ne, da fehlt noch was. Da auch und da auch. So, okay, gut. Ähm, ja, ich kann mich gleich hinlegen. Als nächstes kämen jetzt hier... ...kämen jetzt hier Möhren. Und das da, das waren Kartoffeln. Dann kämen hier nochmal zwei Reihen Kartoffeln. Ja, gut. Dann machen wir hier nochmal zwei Reihen Kartoffeln. ...zwei Reihen Kartoffeln. So, ne, da auch. Da habe ich ja die Hälfte wieder. Also nicht übersehen, aber das ging eben nicht. Okay, gut. Jetzt gehen wir erstmal ins Bett. Und dann da vorne fehlt noch ein bisschen was. Und dann überprüfen wir, ob wir alles haben. Und dann sollte das mit dem Anpflanzen fertig sein. Ja, da vorne fehlt noch was. Da pflanze ich jetzt einfach nur Kartoffeln an. So, einfach alles voll mit Kartoffeln machen. Ähm. Okay. So, was machen wir jetzt als nächstes? Als nächstes... Achso, ich wollte prüfen, ob ich alles habe. Ja, mal schauen. Vielleicht kann ich das von da oben sehen. Naja, so ungefähr. Ja, aber das sieht eigentlich ganz schön aus. Ich muss aber auch noch irgendwo... Ja. Ich werde das mal so machen. Ich werde jetzt mal Kürbisse und Melonen anpflanzen. Hm, das könnten wir gleich hier machen. Aber ich muss die in einer Reihe machen. Ja, stimmt. Das könnten wir hier machen. So, das muss mal weg. Ähm, ja, das kann auch weg hier. So. Dann pflanze ich jetzt einfach mal hier von was an. Und dann machen wir hier noch zwei davon hin. Gut, das machen wir auch anderswo noch. Oh, da sollte aber noch Gras hin. Ja, und zwar ein großes Gras, damit der Kürbis oder die Melone oder was es wird nicht dorthin wächst. Wir könnten die aber auch da vorne anpflanzen. Hey, das ist ja eigentlich eine gute Idee. Ja, das machen wir. So, aber das da hinten will ich auf jeden Fall noch machen. Ja, und dann reicht das eigentlich auch. Da haben wir da hinten welche an dem See und die anderen da vorne. Achso, ich muss... Nein, Moment, hier so. Okay. Auch hier noch. Und da ist das... Oh, was ist denn da? Da wächst aber auch nichts. So, jetzt aber. Also gut, das machen wir dann hier. Also gut, das machen wir dann hier. Dann kann ich... Ja, das da... Nee, damit. Okay, das wurde noch voll damit. Ja, gut. Dann wachsen die hier raus und dann... Oh nee, aber hier geht das nicht. Da nehmen wir den weg und dann kann hier noch irgendwas hin. So. Und das machen wir da auch noch. Ja, aber mehr habe ich jetzt nicht. Wir müssen erst noch wieder Samen haben. Aber ich weiß, wo ich welche herkriege. Wir holen uns jetzt einfach mal welche. Äh, ja gut, das passt schon. Im Lager habe ich nämlich definitiv keine mehr. Das weiß ich. Aber wir haben doch da vorne welche. Da brauche ich jetzt die Axt zum Ernten. So, hier. Die kann ich jetzt einfach mal alle abernten. Und dann haben wir weiter vorne noch welche. Vereint sind zwar, aber... Oh, was habe ich gemacht? Da sollten zwar Kartoffeln hin, aber ist jetzt egal. Ja, okay. Oh, der ist doch offen. Ne. So. Ja, da kann das jetzt wieder wachsen. Dauert halt eine Weile. Aber hier, da haben wir nämlich auch noch was. Ja, aber die... Ich glaube, die ernte ich lieber doch nicht. Wolle ich die doch vereinzeln? Ja, doch vereinzelt kann ich die schon ernten. Wofür haben wir denn am wenigsten? Wie kriege ich denn da jetzt die Samen raus? Ah ja, hier. Okay. Ah, da brauche ich mehr. Ja, dann nehmen wir nochmal Melonen. Äh, Kürbisse meine ich. Ne, du bist ja gar nicht richtig gewachsen. Du musst ja dort in die Richtung wachsen. Das war das so vorgesehen. Ja, genau. So. Warum stehen eigentlich hier Blumen? Ist das so Absicht? Wahrscheinlich. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe. Oh, aber guck mal hier. Das ist ja auch. Da kann ja... Das hier weg. Muss auch schon vor ziemlich langer Zeit geschehen sein. Ja, aber gut so. Na ja, gut. Soll die mal weiter wachsen? Ich habe das erstmal genug. Dann kann ich mich auch gleich wieder zurück teleportieren. So, wir machen einfach da vorne weiter. Da und da. Ja, so. So, wechseln wir einfach mal so ein bisschen ab. Dann kommen wir wieder ein paar Kürbisse. Ne, da machen wir das nicht. So, okay. Geht er schnell. Und dann haben wir hier noch eine... Achtung. So, das Wasser kann ja da bleiben. So. Dann sollen die da raus wachsen. Ach, das... Ich bin nicht gespannt, wie das dann aussieht. Ne, da stimmt was nicht. Da setzen wir was anderes hin. Der kann wachsen, wo er will. Hier in der Kirchstunde. Gönn mal. Ja, genau. Und da auch so. Ja, gut. Müsste alles passen. So. Dann räume ich jetzt mal diese Samen weg. Und dann brauchen wir... Kartoffeln. Ja, das kommt da rein. Doch, Kartoffeln sind da auch. Okay. Das kommt da auch rein. Das kommt auch rein. Egal. Alles weg jetzt hier. Das passt eigentlich auch da rein. So. So. Die Werkzeuge können auch weg. Das kann auch wieder umgebaut werden. Stein kommt da hin. So, okay. Damit ist das Inventar wieder leer. Hier auch. Okay. Gut. Äh, was machen wir denn als nächstes? Die Vogel scheuchen. Und dann sollten wir hier eigentlich fertig sein. Der Baum hier ist immer noch nicht gewachsen. Ich verstehe nicht. Warum will der nicht wachsen? Was ist da verkehrt? Oh, da ist er gewachsen. Moment mal. Gerade in dem Augenblick. Na ja, gut. Der ist jetzt ein bisschen größer als die anderen vorher. Aber immer noch nicht groß. Wir versuchen es einfach nochmal. So. Und dann werden wir uns jetzt mal drum kümmern. Oh, wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit sehe ich gerade. Ja, okay. Das macht nix. So, was vielleicht war da. Ähm. Wir kümmern uns jetzt mal um Vogelscheuchen. Und alles, was wir dafür brauchen. Und die setzen wir dann hin. Ja, und dann ist halt noch das mit dem Baum hier übrig. Ja. Dafür haben wir hier oben aber auch schon die Mauer gebaut. Das freut mich auch. Ach ja, hier drin müssen wir auch noch was einräumen. Okay, gut. Dann haben wir ja da noch einiges zu tun. Die Blumentöpfe bestücken hier. Ja. Dafür haben wir hier oben aber auch schon die Mauer gebaut. Das könnten wir eigentlich jetzt noch machen. Ja, komm, auf geht's. Ab zum Lager. Dann machen wir eben die Blumentöpfe vorne. Da will ich gerne auch ein paar Sätzlinge nehmen. Nehmen wir mal zwei mit. Ach, da sind nur Sätzlinge rein. Nur noch. Ich hatte ja schon ein paar andere Sachen. Ach so, das könnte schon genügen. Ne, dann kann hier am besten von hier aus, oder? Das dürfte näher sein. So, wir brauchen... Hallo, Inventar? So. Ja, richtige Taste drücken. Hilft. Ne, so. So, okay. Dann haben wir da noch was. Die sind schon alle voll hier. Ja, gut. Dann ist ja nur noch der hier. Und dann machen wir sowas rein. Ja, gut. Wunderbar, dann haben wir das auch. Das machen wir mal dazu. Äh, ich kann auch da vorne zumachen. Und dann werden wir jetzt noch ein paar Sachen einsammeln für... ...die, äh, links. Also eben damit dazu. Ähm, äh, für die Vogelscheuchen. Das machen wir natürlich hier im Lager, wo die Sachen sind. Dazu brauche ich jetzt erstmal... Na, soll ja auf jeden was draufstehen? Ja, doch. Die sollten auf irgendwas draufstehen. Oder stellen wir die einfach so ins Film. Das probieren wir einfach mal aus. So, äh, uh. Ist aber nicht viel. So, woher raus bauen wir die? Aus, äh, Stein. Hier, Stöckchen. Und, äh, hallo, was soll jetzt mit dem Kirkel da? Hier, sowas da. Hier, sowas da. Irgendwie so, oder? Nö. Na, okay, gut. Ähm. Und dann... Rüstungsständer. Ach so, nur eine Platte und auch nicht aus Bruchstein. Ja, okay, gut. Und dann muss ich da mal los. Wir müssen sowieso noch dann für Leder sorgen. Ja, doch. Wieder aufräumen. Ach, da habe ich ja noch welche drinnen. Okay, gut. Ja. Dann, äh, packe ich die mal wieder zurück. Und hole welche aus der Kiste. Ich kann da ja gleich mal auf... Uh, da ist auch gar nicht mehr so viel. Gleich mal ein paar auf Vorhaben. Ja gut, dann also wieder zurück. So, wo muss ich hin? Da. Steinzeug ist doch hier drin. Genau. So, und das war hier, so und so. Toll. So viele sind das jetzt auch, nicht? Naja, gut. Ein paar... Da geht noch was raus. Oh nein. Ich habe mich vertan. Nochmal. Okay, so. Ja, dann werden wir jetzt Schluss machen. Ähm. Die Stöckchen kommen da rein. Oh nein, gut. Ah, da waren noch Steine übrig. Hier, so. Ah. Den Apfel kann ich gleich essen. Ja, und dann werden wir beim nächsten Mal, äh, die Kugelscheche hinsetzen. Und... Ach ja, wir brauchen ja noch Leder dafür. Stimmt, wir brauchen ja noch Leder dafür. Ja, dann werden wir erstmal die Plätze... Wir brauchen nämlich ziemlich viele Ledersachen. Naja, gut. Sehen wir beim nächsten Mal. Und, äh, Schuppen einbrechen. Hier nebenan. Hier noch. Und da drin auch noch. Ja, und dann sollten wir hier fertig sein. Und dann können wir nach oben gehen. Okay, aber jetzt ist Schluss für heute. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.